Okay, es geht weiter und nein, das war dumm und wir müssen jetzt nach 2300 Ja, das ist richtig, was ich gesagt habe, warum? Egal, jetzt müssen wir in die Zukunft gehen und gehen und Zukunft gehen und gucken, ob der Sollstall da ist Wenn er nicht da ist, dann ist er in der mittleren Ära irgendwo oder in der 1000 AD Der Mondstein ist fort Er scheint seit etwa 1300 Jahren weg zu sein, können wir ins Jahrtausend zurück Okay, also jetzt müssen wir darauf achten, welches Haus Welches Haus funkelt Ja, es funkelt welches Hier, Gegenwart Boah, dieser Feuerboss hat so genervt Boah So Und rein mit uns Ist er hier? Er fehlt, es fehlt noch nicht lange Sehen wir uns hier oben Den, 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 den Also wir müssen jetzt ein Haus suchen, was funkelt Ein Haus, was funkelt Ein Haus, was funkelt, okay Ein Haus, was funkelt Okay, das ist ein Haus, was funkelt Ja, das hier Okay, wir müssen jetzt aussteigen und in einen Kaffee gehen Kaffee, Bootshaus Wohnhaus Laden Porestube Gutes Haus Ich brauche Schinken oder so, stand da Ja, Leute, ich brauche hier Schinken Bootshaus, aber wo soll ich Schinken kaufen? Ähm Wie geht's dir? Mondstein, nie davon gehört Tu nicht so Unsere Kinder nehmen Abstand von uns Wie traurig Ich brauche ein Ich brauche Schinken Von Kaffee Ähm Ach ja, okay Ich weiß jetzt wieder Wir müssen jetzt 600 In der 600 AD In die Mittelehrer Da den Schinken kaufen Und dann in die Zukunft bringen Da sind wir ja Aussteigen Laden Porestube Jetzt ist da ein Kaffee Jetzt müssen wir Schinken kaufen Schinken bei wem aber? Hallo? Ein schleimiger Froschmensch Hat Markus geschlagen Ich hätte es selbst gemacht Wenn ich gewusst hätte, dass es so einfach ist Fick dich Tata arbeitet viel in der Litterzeit Ähm Er wird wohl Wohl erwachsen Tata Und du? Und ich dachte, der Held wäre von hier So eine Enttäuschung Und ich habe meine eigenen Pläne Nur da der Junge zurück ist Sollte ich mich um seinen Vater kümmern Ein seltsame Kreatur kam neulich vorbei Und mummete von König Lena Und die Masamune Das war ein hässlicher Frosch Ähm Muss ich den Frosch hier holen oder wie? Ja, ich bin gerade vor dir Aber egal Oh, ich meine Solch ein grandioser Frosch Er wird ein Held oder sogar Wartet Okay, weiter geht's Und ich dachte, der Held wäre so Hä? Ich muss jetzt eigentlich Ein schlemmiger Frosch Ich hätte es selbst gemacht Du ekliger Bastard Ich bin vor dir Aber egal Hä? Warte mal Hier soll ein Kaffee geben Wartet Okay, ich hab's rausgefunden Wir müssen hier hin Zum Bootshaus Dann müsst ihr diesen Macker da ansprechen Gib mir Fleisch Ihr habt raus Ich habe Rauchfleisch Gebe es aber nicht her Obwohl Wir sagen wir Wie wär's? Okay Du hast aber Hunger Hau rein Okay, das haben wir jetzt Warte, hab ich jetzt so viel Geld ausgegeben Für so eine Kack Ähm, warte Das ist die Vergangen Ach, wir müssen in die Vergangenheit wieder Okay 600 AD Ach Komm Da schaffen die jetzt noch Ein bisschen Part Dann kommt die nächste Zeit Börse, die wir machen müssen Warte mal Es gibt eine Karte hier Das habe ich letztens so erfahren Okay, das ist das nicht Also kann ich die Karte nicht aufschlagen Ach nein Ich will eine Karte haben Mann, egal Hier gibt es eine Karte Die man machen kann Also erstmal diese Frau ansprechen Du hast Rauchfleisch Verkaufst du es mir? Nein, ich schenke es dir Das ist richtig Du schenkst es mir? Das so liebe Leute wie dich noch gibt Vielen Dank Meine Kinder werden das teilen lernen Da kannst du sicher sein Yeah Und gehen einfach mal erst hier rum Und gucken uns mal die Gegend an Okay Das ist das hier Hier ist auch irgendwas Oder nicht Oder nicht Okay, hier ist nichts Geh mal rauf, danke Okay Was ist das für ein Königreich? Was ist das denn? Nordruinen Was ist das denn? Nordruinen, okay Den, 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 den Den, 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 den Laden, den Wer bist du denn? Nur rein Was ist das für ein Laden? Okay Was ist das für ein Laden? Und was ist das für eine Gegend? Wohnhaus Chora-Stube Ja, okay Wir bleiben mal über Nacht What the fuck Was ist das für ein Gebäude? Egal Ich guck mich mal hier besser rum Ich glaube das mach ich mal öfters Ja, die Musik ist wohl leise Jetzt geht's wieder los Tschüssi Alligator Und Wohnhaus Wer bist du denn? Das düste Rum Glitzert in der Sonne Auch morgen ist es klar Und du? Die Nordruinen sind unheimlich Was ist denn in den Nordruinen denn drin? Kaffee War ich nicht einmal hier? Mädchen, verschwinde Hey Frog Ich habe endlich eine Spur der Regenbogenmuschel Aber es ist ein seltsamer Ort Oh, du könntest das für mich auch bewahren Ein Thomaslimo halten Wenn ich nicht zurückkehre Dann lege es bitte auf meinen Grabstein Morbett, nicht? Ähm, okay Vorjahr hat ein Ungeheirat Das in der Nordruinen getragen Vielleicht ein Schatz Du? Ich wünschte Thomas würde einmal bleiben Mein Werkzeug gewonnen gestohlen Jetzt kann ich nicht arbeiten Ach ja, da gab es doch noch diese Sidequest Wohnhaus Ähm, irgendwo war die Frau hier oder nicht? Das sind Kinder Wir sind nur Praktikanten Der Boss ist in der Lieblingscafé Okay Er hat sein Werkzeug verloren Das sind seine Praktikanten Seine Lustknaben Sozusagen Okay Wir werden die Nordruinen Hallöchen Hallöchen Okay, hier Hier ist was Hier sind immer noch die Nordruinen Safe State Wer bist du denn? Cyrus? Das ist Cyrus? Irgendwie triff ich nicht Muss ich mir Magie angreifen oder wie? Gewitter Angriff Angriff Hey, ich verstehe es jetzt nicht Gewitter Komm Wir machen einfach mal Ähm Okay Ich lasse es einfach mal Ich glaube Da muss ich später hin Okay Hier sieht das dann anders aus Gutze Haus Ah, das Grab Best Cup Ist das das Grab von wen denn? Das Großabenteuer Der Großabenteuer Loma Levin Routier Sechs Rez Okay Wir legen mal Was hin Oh Was? Was hast du gerade auch für sein Grab gemacht? Ihr Wie geht's dir Kumpel? Frog Lange nicht gesehen Ich habe die Regenbogenmuschel gefunden Nordwestlich des Kaps Ist eine große Insel namens Riesenklaue Denn du kannst die Muschel dort finden Okay Nordwestlich Okay Jetzt ist da eine Insel Super Und? Aber pass auf Da hat es viele Ungeheuer Gut Ich muss los Ihr Typen seid lustig Bis dann Bis auf Wiedersehen Und viel weiter Okay Das haben wir jetzt auch gemacht Obwohl ich das eigentlich später machen wollte Okay Die Sachen des Cybers gibt es auch noch Zu machen Und du In Norden steht ein altes Gebäude Sie hat hinten eine Ruine Und du In den Ruinen spuckt es Glaube ich dir Ich habe einen Geist gesehen Der irgendwie keinen Schaden kriegt Alte Oma Die Qual leidender Geister Hat um den Nordruhen Eine negative Aura geschaffen Die Dieste Drum Ja der gesagt ist immer noch das gleiche Aber okay Din 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 Cora Stube Wie geht's dir? Hey bring mir mal ein Limo Herr ich denke ihr hattet genug Zucker für heute Sei still Ihr sagt schon wenn ich genug kappe Ich mag halt Limonade so gerne Willst du meine Werkzeuge ausleihen? Sei mein Kass Ich habe zu tun Also fragt meine Frau danach Din 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 Nichts zu verkaufen Ich habe extra von Pore gekommen Will ich dir etwas kaufen? Nee Du bist Battlearm Das gerade das andere Du mal ist im Ja Hab ich schon gesehen Du Alle sind so zu der Tausendverhältnisse Kinder könnten gar nichts Genug Spaß haben Oh der hat gerade Spaß Okay Ähm Warte Soll ich jetzt weiter rum gucken Ich weiß nicht Ich glaube hier ist auch nichts mehr so wichtiges Wer bist du denn? Meine Mama? Meine Mama Äh mein Mann ist nie da Ich zeig ihm wer der Chef im Haus ist Das nächste Mal Puff Mitten ins Gesicht Was? Seine Werkzeuge? Oh Moment Die sind gleich hier Din 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 Und Werkzeuge halten Und was passiert jetzt? Nichts Okay Die Werkzeuge brauchen wir sowieso noch später für eine Zeitquest Deswegen ist es gut Dass ich es jetzt mitgenommen habe Jetzt fliegen wir da hin Und holen uns den Sollstein Din 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 Okay Hier bin ich richtig Und hier aussteigen Und dann rein mit uns Wenn sie euch mal dieses Verhalten an Ich wünschte mein Mann wäre etwas weniger großzügig Ey Die erhassten sich Und jetzt mögen sie sich Wer nicht am meisten mag Mein Papa natürlich Und du kleiner Junge Papa ist lieb Hallo mein Freund Ihr habt Interesse am Mondstein? Jemand hat ihn einfach hier gelassen Euch scheint ja was dran zu liegen Nehmt ihn Dankeschön Wir haben den Mondstein sozusagen Okay Jetzt müssen wir Da hin Also wo Der komische Okay Hier bin ich falsch oder? Nein nein Hier bin ich schon richtig Hier muss ich hin Und hier rein Und hier raus Äh nein Hier rein meine ich Müssen das hier hinlegen Mondstein hier lassen Ja Jetzt müssen wir in die Zukunft Um die ganzen Sachen hier zu holen Also den Sollstein Ähm Ja in die Zukunft müssen wir Ja ich bin voll durcheinander schon Von dem ganzen Überlegen Wo Wann Alles Ach das Zeitreisen macht mich kaputt Aber richtig Und so Dankeschön Okay Irgendwas hat da geleuchtet Großartig Luca muss ihn sehen Er wird sie Äh Okay Es wird sie inspirieren Okay Und Das ist wirklich Sollstein Mit seiner Energie kann ich eine tolle Waffe machen Gehen wir jetzt schnell zu mir nach Hause Okay Jetzt haben wir Den Sollstein Und wir kriegen eine neue Waffe anscheinend Ich multipliziere den Sollstein und extrahiere die Energie Dann packe ich ihn mehr Packe ich ihn per Okay es geht weiter Dann packe ich ihn per Vakuumskompression in eine Patrone Und erhältst eine Waffe für dich Richtig Yeah Seil geil 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 Und fertig Und was kriege ich Was kriege ich jetzt Hallo Ja freu dich Du hast ein Wunder Du hast ein Wunder halten Manchmal staune ich über mich selbst Warte Du hast ein Wunder halten Schau Luca Ich habe ein Stück von Sollstein geliehen Und ein tolles daraus gemacht Du hast ein Sonnenschirm erhalten Okay Okay Falsch So Angucken mal Die Waffe die jetzt bekommen haben Ach du heilige Scheiße Sollstein Irgendwas haben wir bekommen Er hat Angriff Angriffskraft Das verringert nichts Okay das halte ich mal so So Und Die nächste Sidequest ist Ähm Warte Soll ich die jetzt eigentlich machen Die davor ist Ähm Ich glaube ich mache erstmal die hier Ähm 600 600 AD Erstmal das hier Den Sollsteinquest haben wir jetzt fertig Das war es jetzt Jetzt gehen wir Gehen wir ins In Koras Café Und Gehen da rein Und Reden mit denen hier Hier ist dein Werkzeug Oh du hast ein paar Werkzeuge Leiste sie Leiste sie einem Leiste sie einem Kumpel Vielen Dank Jetzt kann es losgehen Jetzt müssen wir ihn folgen Zu seinem Haus Oder so Warte hier ist dein Haus Oder Und was sagst du Danke für dieses Werkzeug Jetzt kann ich endlich etwas schaffen Ich fange mit den Ruinen an Auf ihr Frauensäcke Wie du willst Boss Okay das ist ein Sidequest noch Die wir machen müssen Okay Jetzt müssen wir zu den Ruinen Und uns durchkämpfen Wenn die Sidequest vorbei ist Dann muss die nächste Komm Notruinen Das war es Wir können die Stellen Wo die Ungeheuer sind Nicht reparieren Aufruf uns Wenn sie weg sind Dann erledigen wir die Reise Auf ihr Frauensäcke Wie du willst Boss Okay Wir stellen wo die Monster sind Das ist eine gute Combo Von mit denen hier Ich weiß es gar nicht Ach ich versuche es einfach mal Safe state zur Sicherheit Und Runter mit uns Und hier rein Komm euch bekämpfe ich jetzt richtig Wachposten Ich hoffe ihr stirbt es auch schnell Was Hä wie soll ich gehen die Schlag Nein Megabombe So Hä wie soll ich gehen die gewinnen Mega Übertreib Groll Hä wie soll ich gehen die Groll Okay Aber es zieht Ja fick dich doch ins Okay Okay Diese Teile sind übermäßig stark Verdammt Verdammt Verdammte Kacke nochmal Das ist heftig Das ist echt heftig Okay 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 Jetzt kommt die Nächsten Ich mache sofort eine Megabombe Da sind sie sofort tot Megabombe Tonic Tonic Medalleon Auf sie Okay Seid weg Okay Seid weg Gut 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 Puh Das erreicht Nächste Stufe Ja Feuerwirbel gelernt Ach du Heilige Kacke Ich habe so viele Attacken gelernt Ich glaube ich mache Spezialvideo wo ich die ganzen Attacken einsetze Hyper Eta Okay Das habe ich wieder erledigt Wollt ihr mich verarschen Wollt ihr mich komplett zum Wahnsinn treiben oder was Mega Kombo Fick dich ins Knie So Weg mit euch Weg mit euch Ach du heilige Kacke Megabombe Ach du heilige Kacke Wie kann man nur solchen Verdammten Bastardos hier reinlegen MP Sauger Ja saug meine MP raus Saug raus du Wichser Komm her Oha 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 Okay Das haben wir jetzt auch erledigt Okay Diese Bastardos Wieso kann ich jedes Mal auf diesen Fickten Knopf So Eta Auf sie Okay Eta Mellion Dafür haben wir genügend So Eta Auf so Das reicht So Safe State Und Die nächste Reihe Die jetzt kommt Wir müssen jetzt so lange kämpfen Bis Die alle Monster weg sind Okay 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 Mega Bombe Auf dich Du machst mal Ich weiß nicht Du machst mal Das weiß ich auch nicht Dinosaurier auf die Du bist weg Okay Nicht getroffen Zu Glück Dinosaurier Riesenschwanz Komm her Jetzt trifft auch Gut Gut Okay getroffen Okay das trifft Verdammt Sind das Lensenmänner oder so Ich komme mir so vor Ob sie mich mit einstack Tüten könnten Oder bin ich mir das nur ein Oder Triften die gar nicht Safe State Ey das ist so eine Kackscheiße hier Oha Enki macht sie mal Schaden So 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 Okay Sie wird bald auch Ihre Attacke lernen Okay Okay Das wird langsam Mühselig Aber sehr mühselig Mega Bombe Schadet dem Wissen umkreisen So Und so Okay Du bist weg Diese Linanen Viecher sind Brutal stark Und das ist nicht gut Echt nicht Ja Fick dich doch Ins Knie Ja du triffst mich nicht Hast du Pech gehabt Ja du triffst mich Trotzdem nicht Hör auf Hör auf mich Ganz halt anzugreifen Es gibt ja kein Problem Wenn ihr irgendwie Schaden Machen würdet Aber ihr trifft ja gar nicht Deswegen Fickt euch Ins Knie Oh So Wie Was 47 Schaden Hab ich gerade richtig gesehen Ja ich wusste es Ich wusste dass sie so eine Behindertattacke haben Es war schon klar Dass es bei denen so ist Jetzt Schnitter Stirb Kack Scheiße Ach du heilige Kacke Ich glaube wenn ich die Zeitquests fertig habe Die habe ich auch Die musste ich eigentlich Jetzt nicht machen Weil ich habe ein bisschen Übersprungen Die musste ich eigentlich Jetzt nicht machen Aber egal Ich habe es jetzt angefangen Jetzt mache ich das auch zu Ende Die Tür kann ich Sowieso nicht betreten Euch töt' ich jetzt mal Ja euch töt' ich sofort Komm Megabombe Hab ich das gerade Megabombe auf den gemacht Triff ich drei Oder zwei Das war der größte Fehler meines Lebens Okay Megabombe Angriff Angriff Sehen wir mal Stirb Aber die Attacke Zieht auch sehr viel ab Ist auch gut Okay ich weiß gar nicht Ob die Ob die jetzt wie die Anderen sind Ob die auch sofort Okay ich glaube ich habe Die ganze Zeit umsonst Diese Megabombe gemacht Bei denen So weg mit dir 402 41 Und 58 Okay ich muss eine Megabombe benutzen Oder ich warte einfach mal Bis er wieder aufsteht Safe State Ja beeil dich Defunkt Ja stirb Dankeschön So 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 Quarkendruck gelernt Okay er hat auch seine letzte Attacke gelernt Safe State Hier ist nichts mehr Ich hoffe es kommt keine Monster mehr Okay jetzt müsst ihr wieder runter Durch die Mitte durch Und zu den Hausmeister gehen Wieso komme ich auf Hausmeister verdammt Zu Diesen komischen Typen hier Wie heißt er nochmal Du willst die Nordruine Rebellen Kostet 2000 Sicher Auf hier vollen Säcke Wie du willst Boss Denn 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 Aber wenn die Monster wieder auftauchen Mach ich Also da stand Die Monster tauchen eigentlich öfters auf Aber ich hoffe die sind jetzt weg Das wärs Wir können die stellen wo die Ok 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 Ich mache die stelle jetzt öfters Bis die weg sind Und wir sehen uns das nächste mal Oder Nein wir sehen uns noch später wieder Ok ich hab mich gehört Es geht sich ja weiter weil Ja wir müssen Nordruine Repairit bekommen Ja Also es geht Ich zeig euch die Zeit Ich hab nachgeguckt Ich bin bisher der einzige der das gemacht hat Also von den deutschen Let's Playern Ok Ich zeig euch mal was passiert Also Wir haben ja ein paar Monster besiegt Die stellen sind jetzt wirklich weg von den Monstern Aber es gibt andere stellen wo Monster sind Das wärs Wir können die stellen wo die Ja das kennen wir schon Ja Diese Zeitquist kostet auch sehr viel Deswegen dauert es etwas Ok Wir müssen jetzt runter Die stellen wo die Monster waren sind jetzt weg Das ist gut Sehr sehr gut Und die Truhe Ok Jetzt kommen wir zu einer bestimmten Stelle Das Grab von Cyrus Cyrus danach Der Markus herausforderte Ruth hier Ja Hier rutet Cyrus Cyrus ich bin zurückgekehrt Ich werde mein Versprechen endlich erfüllen Und was machst du Was machst du denn Und Und Cyrus Frog Ich liebe dich Cyrus Glenn Danke dass du hierher gekommen bist Mein lieber Cyrus Du musst von mir enttäuscht sein Im Gegenteil Du bist weit gekommen mein Freund Als Markus Als Markus mich besiegte Dachte ich an All jene Die ich zurückließ König Gardia König Lena Äh Königin Lena Und natürlich dich Cyrus Deine Fähigkeiten und deine Hingabe sind überragend Ich kann nur ruhen Mit dem Wissen Dass sich alles zum Guten gewendet hat Leb wohl mein Freund Cyrus warte ich Ich Liebe dich Ich will ein Kind von dir Düm 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 Die Königin kümmere dich um Königin Lena Auf bald G-L-I-N Glenn Cyrus Es tut mir so leid Cyrus Ja das ist schon etwas heftig Das Masamune Ach die Musik von InFrog mache ich am meisten Weil die ist irgendwie so episch Ja Das entwickelt sich das Masamune Das ist es Die Musik ist so geil in diesen Spielen Es wird so eine tolle Bewertung haben am Ende Hoffe ich mal Wenn das Spiel jetzt irgendwie abkackt Das war etwas besonderes Ziemlich Das bedeutet wohl Dass die Kraft eines Helden von innen bekommt Wie metaphysisch Der Geist triumphiert Muna Mein Geist Jetzt aber auf einen richtigen Test Zeit für eine Rauferei Ähm Wie jetzt Muss ich kämpfen Ach okay Ich kämpfe nicht Okay Jetzt beginnt es Oder wie Es pulsiert von Kraft und Stärke Ach Das ist die wahre Natur Das Masamune Cyrus Ich verspreche deine Wünsche wohl zu erzüllen Welch trauriger Abschied Wohl an Freunde Das war falsch Jetzt genießen wir die tolle Musik Masamune Masamune Oha Okay Speichern wir ab Ach ja Ich muss die ganzen Oh Fick dich doch ins Knie Also ich muss die ganzen Sachen wieder ändern Ewigpanzer Vergessen Krono Ewigpanzer Magus Nein Achso ja Rahmegerüstung oder so Wie ist ja bei ihm die Sache da So ist die Musik jetzt wieder weg Okay Wir müssen jetzt wieder hoch Und Jetzt nach oben Wir müssen das so lange machen Bis ganzen Monster weg sind Okay Paarstellen sind fertig Die eine Stelle da oben ist fertig Okay Da ist eine Truhe Wir müssen auch Truhen Hab ich Ich hab doch alle Monster busy Was willst Was wollt ihr eigentlich Wo sind noch Monster Hä Wo sind Monster Ich wollte mich doch verarschen Wo ist ein Monster Okay Wir müssen jetzt wieder zurück Din 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 Masamune Din 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 2 2 2 Und Ja kostet 2000 Wir haben ja Wir haben genügend davon Ach Ein Ohr kratzt Scheiße gegen Mikro Din 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 Und so weiter Und hoch mit uns Das wär's Fertig Auf ihr vollen Säcke Wie du willst Boss Okay Das hat jetzt alles repariert Oder wie Okay Das war's wohl Die haben gesagt Ich soll das öfters machen Aber anscheinend War's gelogen Und was gibt's hier Ein Elixier Dankeschön Das hat mein Leben So bereichert Und hier finde ich Eine Truhe Ähm Safe State Machen wir einfach mal Was kriege ich Eine Nova Rüstung Nova Rüstung Yay Und hier geht's auch noch weiter Safe State Wieso müssen jetzt Ausgerechnet Monster kommen Oh Fickt euch Jetzt Sehen wir uns mal die Stärke Das Masamune mal an Oha Okay Die Attack Das ist geil Das Masamune ist geil Warte Hab ich bisher die stärksten Waffen Eigentlich für jeden geholt Oder wie Irgendwie kommt es mir so vor Dass ich die stärksten Waffen Jetzt geholt habe Ich guck mal Ob ich die stärksten Waren Für alle Jetzt holen kann Und dann kann ich Gegen diesen Wichser Von Lavos Campen What the fuck Okay Das war ein heftiger Schaden Der mich jetzt Irgendwie verwirrt hat Durch mit uns Verdammt Was seid ihr für schleime Basis Mega Bombe So Du machst mal Wasser 2 Du machst mal Okay Du machst mal Dinosaurier Was ist deren Schwäche Ich weiß es nicht 137 Er ist tot Wie viel machst du 131 Dinosaurier Ja okay Bück dich Bück dich Ich seh dein Höschen Sehr sehr gut Okay Ich weiß nicht Was deren Schwäche Ist aber Schmatzer Auf sie Du machst mal Auf sie Was ist deren Schwäche Ich hab mal physisch An Du machst auch hier Okay Das funktioniert nicht Oha Da kommt ein heftiger Konter Dann Okay Was zur Hölle Klammenkick Hä Hat sie sich gerade Mit ihm verbunden 816 Hat sie sich gerade Mit ihm verbunden Oder habe ich mich gerade Du Wichser Belebung Fuck man Kommt Scheiße Der ist schlimm Da stirb Verdammte Kacke Stirbst du? Okay Okay Das ist heftig Das ist heftig Heftig Das ist nicht normal Äh äh Okay 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 Wir machen mal so Feuerwirbel auf alle Du machst dann mal Irgendwas Reiß mal den hier an Der Feuerwirbel WTF 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 Lapis halten Okay Das war gut Was kommt denn jetzt Für ein Gegner Hier sind zwei Truhen Und ich werde gleich wieder Ein Feuerwirbel benutzen Feuerwirbel Komm Feuerwirbel Yes sir Und seid ihr tot Seid ihr tot Seid ihr tot Seid ihr tot Ja ihr seid tot Und Frog hat immer noch so wenig LP Erreich nächste Stufe Okay Jetzt kriegen wir die zwei Schatzton Die hier sind Rausnehmen Ich komme sowieso nicht mehr wieder Kalidegen Der Kalidegen Ja Rausnehmen Was kommt hier raus? Sirene Okay eine Sirene Habe ich bekommen Für wen ist der Kalidegen? Für ihn oder was? Ja für ihn ist das Hurricane Sirene Okay dann für dich Sind das vielleicht die ultimativen Waffen? Ich weiß es nicht Egal das war es jetzt mit dieser Scheiße hier Ich gehe jetzt raus und komme nie wieder her Und hier hoch Und runter Und runter Jetzt müssen wir wieder in die Zukunft Um da Äh Ach scheiße So Den 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 Jetzt müssen wir wieder in die Zukunft In 1000 AD So Jetzt kommen wir gleich wieder hierher Und dann müssen wir zu irgendeinem Dendara-Dom oder so Sagen die Okay Was ist jetzt aus den Helden Helden Heldengroft Willst du mich verarschen? Hä? Ich soll Egal Fick dich Fick dich Ich hab alles Ich glaub nicht Dass er irgendwie neue Schätze ist gekommen Scheiße Ich hatte neue Schätze holen können Wenn ich das Ach Wenn ich das früher gewusst hätte Wohnhaus Und Vorsicht damit ja Okay Okay Den 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 Helden Wann ich arbeite? Das geht dir nix an Okay Ähm Nein Ich will nix von dir kaufen Du bist erbärmlich Den 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 Was sagst du? Ein Helden Grab ist im Norden Für Ritter Cybis Während er das Ja okay Heute erzählen die was Mir ist langweil Versuch ich die Jahrhunderttausendfeier Ja Das ist gut Und du Der Süden Ja Das glänzt Superschön Cybis Schutzgeld unseres Dorfes Wurde in seinem Grab im Norden Den 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 Okay Ähm Ich guck mal nach was ich als nächstes machen kann Also bis gleich